Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Wir haben ja erst kürzlich unsere ganzen Guides zum PC zusammenbauen und der Installation auf den neuesten Stand gebracht und ganz vielleicht haben wir da ein bisschen leichtfertig sowas gesagt wie einen PC zusammenbauen, das kriegt wirklich jeder hin. Mein guter Kollege und Profi-Harzer Hardware-Rad, ihr kennt ihn spätestens seit der Bierkühlung, die wir gebaut haben, fand das Ganze jedenfalls nicht so lustig, denn seit er seinen eigenen PC-Shop hat und mit Kundenrückläufern zu tun hat, hat er gute nachts extreme Albträume, naja wen wundert's, schaut euch an mit was für traumatischen Bildern der Gute konfrontiert wird. Er hat einiges zu dem Video hier beigetragen und wenn ihr Lust auf Part 2, vielleicht sogar mit ihm zusammen habt, dann schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Auch der PC-Bau hat jedenfalls seine Tücken und sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden, darum schauen wir uns heute die Top-Fehler beim PC zusammenbauen an, damit mit euch sowas hoffentlich nie passieren wird. Ach und falls ihr das Video zur Bierkühlung noch nicht gesehen habt, unbedingt nachholen lohnt sich. Dieses Video wird euch präsentiert von Razer und der neuen Huntsman V2 Gaming-Tastatur. Hier kommen die neuen optischen Razer-Switches der zweiten Generation zum Einsatz, die funktionieren mit einer Lichtschranke komplett ohne Debounce-Time und zusammen mit der 8000 Hertz Polling Rate zockt ihr mit einer Latenz von weit unter einer Millisekunde. Die Tastatur gibt's als normale und TKL-Version, beide kommen mit hochwertigen PBT-Keycaps und natürlich einer super schicken Razer Chroma RGB-Beleuchtung. Die Links zu den Tastaturen findet ihr unten in der Videobeschreibung und nicht vergessen, aktuell habt ihr auch noch die Möglichkeit ein komplettes Razer Esports Gaming Setup im Wert von über 1500€ zu gewinnen, das solltet ihr auf keinen Fall verpassen, gerne auch mal da vorbeischauen, Razer und ich wünschen euch jedenfalls ganz viel Spaß bei dem Video. Bevor es losgeht, schreibt uns gerne auch mal die übelsten Fehler in die Kommentare, die ihr beim PC zusammenbauen gemacht habt oder von denen ihr gehört habt, ich bin wirklich gespannt. Der häufigste Fehler, und das ist sicher auch schon einigen von euch passiert, gibt's einfach zu, auch ich wurde schon Opfer von ihr, die IO-Blende, bei uns intern auch Auweia-Blende genannt, die kleine Blechblende, die bei den meisten Mainboards als Zubehör mitgeliefert wird und vor dem Einsetzen vom Mainboard, am besten einfach direkt als erstes vor dem Zusammenbau hinten im Gehäuse eingesetzt wird. Vergisst man das und baut den PC ohne IO-Blende zusammen? Naja, ich mein, der PC funktioniert dann trotzdem, aber es ist halt super ärgerlich und um das Teil dann reinzukriegen, muss man das Mainboard wieder ausbauen, also im Prinzip den ganzen PC wieder auseinanderbauen. Einfach unangenehm das Teil, gerade bei billigen Boards auch die Klammern an der Blende, Anfänger biegen die gerne auch mal nach außen, wie Tobi bei seinem ersten PC-Zusammenbau. Richtig ist es, die kleinen Klammern einfach so zu lassen, wie sie sind und falls sie nicht passen und irgendein Port blockiert wird, dann nach innen biegen, sodass sie auf dem Anschluss aufliegen. Die Blende soll nämlich Kontakt mit dem Mainboard haben und dient der elektromagnetischen Abschirmung. Also merken, IO-Blende als erstes rein, dann das Mainboard und auf keinen Fall die Klammern nach außen biegen. Teure Mainboards ersparen euch hier das Kopfzerbrechen, die haben die Blende nämlich meistens schon vorinstalliert. Der zweite und dritte große und sehr häufige Fehler dreht sich um den RAM-Slot. Einmal geht's um den RAM-Riegel selbst, denn der muss richtig fest in den Sockel gedrückt werden, sodass er einrastet. Viele drücken den RAM aus Angst davor, dass er kaputt geht, nicht ganz in den Slot und hier muss man teilweise wirklich festdrücken. Jedenfalls startet der PC nicht, wenn der RAM nicht richtig drin ist. Wirklich einer der häufigsten Fehler überhaupt, wenn nach dem Zusammenbau der PC nicht startet. Also abgesehen davon, dass das Stromkabel nicht drin ist oder das Netzteil ausgeschaltet ist. Außerdem muss der RAM in den richtigen Slots sitzen. Auch hier kann man wirklich einiges falsch machen. Wenn ihr vier RAM-Riegel und vier Slots habt, ist die Sache natürlich einfach, aber wenn ihr zwei Module habt, dann müsst ihr richtig aufpassen. Denn wenn ihr die Module in die falschen Slots einsetzt, kann es zum einen sein, dass der PC überhaupt nicht bootet und zum anderen kann es passieren, dass der PC zwar bootet, eure beiden RAM-Module aber nicht im Dual, sondern im Single Channel laufen und damit verschenkt ihr wirklich einiges an Geschwindigkeit. Die richtige Belegung findet ihr im Mainboard-Handbuch, auf jeden Fall müssen die beiden Module, die im Dual Channel laufen sollen, jeweils in die Slots mit derselben Farbe rein und in aller Regel muss der RAM, von der CPU aus gesehen, in den Slots 2 und 4 eingesetzt werden. Bei vielen Mainboards sind die richtigen Slots auch mit einer First-Markierung versehen. Ein weiterer extrem häufiger Fehler, auch den hat Tobi bei seinem ersten PC-Zusammenbau gemacht, ist, dass das EPS-Kabel bzw. die Stromversorgung der CPU vergessen wird. Viele denken, es reicht das 24-Pin-Kabel am Mainboard anzuschließen und damit läuft der PC, das ist aber falsch und damit die CPU ausreichend mit Strom versorgt wird, muss dieses 4 plus 4-Pin-EPS-Kabel angeschlossen werden, je nach Board-CPU-Kombination kann auch nur ein einzelnes 4-Pin oder sogar zwei 8-Pin-Kabel notwendig sein. Also, wenn der PC nicht anspringt, nachdem ihr geprüft habt, ob der RAM richtig drin ist, am besten auch mal prüfen, ob der EPS-Stecker richtig sitzt. Wenn der PC anspringt und ihr kein Bild bekommt und damit sind wir beim fünften Fehler, dann haben wir meistens kein richtiges Hardware-Problem, sondern das eigentliche Problem sitzt vorm Bildschirm. Wie oft habe ich schon den Fall gehabt, dass jemand einen PC richtig zusammengebaut hat und sich dann gewundert hat, warum er kein Bild bekommt. Und naja, in sicher 50% der Fälle hat der Gute seinen Monitor dann hinten am Mainboard angeschlossen gehabt und nicht, so wie man es machen sollte, direkt an der Grafikkarte. Die Anschlüsse hinten am Mainboard sind eigentlich nur für Systeme mit APUs bzw. Intel-CPUs mit iGPUs gedacht und gerade wenn man ein System mit einem Ryzen 5 3600 oder so zusammenbaut, der halt keine integrierte Grafik hat, dann bringt es halt nicht viel, da hinten einen Monitor anzuschließen. Und selbst wenn ihr eine iGPU habt, den Monitor immer direkt an die Grafikkarte, damit ihr die volle Leistung bekommt. Außerdem gibt es viele Monitore, die keine automatische Erkennung haben, welcher Anschluss benutzt wird. Wenn ihr kein Bild bekommt, auf jeden Fall auch mal überprüfen, ob ihr im Menü vom Monitor den richtigen Anschluss ausgewählt habt. Auch ein Fehler, von dem ich echt schon oft gehört habe. Der nächste Fehler dreht sich um die Wärmeleitpaste. Einer der Punkte, der den meisten Anfängern Kopfzerbrechen bereitet. Glücklicherweise ist die Wärmeleitpaste auf den meisten CPU-Kühlern schon voraufgetragen, was aber, wenn ihr einen erwischt, auf dem keine Wärmeleitpaste ist. Zu wenig Wärmeleitpaste führt dazu, dass die Wärmeübertragung zwischen Heatspreader von eurer CPU und eurem Kühler nicht richtig funktioniert und die CPU überhitzt. Zu viel Wärmeleitpaste wiederum wird beim Anpressen des Kühlers an der Seite rausgedrückt und kann später, falls man den CPU-Kühler wieder abnimmt, im Sockel landen und mit großem Pech dazu führen, dass euer Mainboard kaputt ist. Darum entweder selbst ganz dünn auf der CPU verstreichen oder die einfachste Technik einfach einen etwa erbsengroßen Klecks auf den Prozessor aufbringen und der CPU-Kühler verteilt die Wärmeleitpaste durch den Anpressdruck dann selbst gleichmäßig. Außerdem aufpassen, dass ihr nichts auf die Hände bekommt, ansonsten könnt ihr mit der Wärmeleitpaste an euren Fingern schon mal zum Picasso werden. Und wenn wir schon bei Wärmeleitpaste und CPU-Kühlern sind, so doof es sich anhört, vergesst auf keinen Fall die Sicherheitsfolie unten auf eurem CPU-Kühler abzuziehen, wenn ihr die drauflasst und das kann in der Eifer des Gefechts schon mal passieren, dann findet keine richtige Wärmeübertragung zwischen CPU und Kühler statt und euer Prozessor wird sehr schnell überhitzen. Und apropos überhitzen, auch die Lüfter und die Positionierung von den Teilen kann Probleme bereiten. Auf euren Lüftern sind meistens auf der Seite Pfeile, anhand denen man die Laufrichtung und auch die Richtung des Airflows erkennen kann, wenn nicht, dann erkennt ihr die Rückseite von einem Lüfter an den Querstreben, Lüfter saugen vorne die Luft an und pusten sie an der Rückseite raus und genau so sollten sie auch in euer Gehäuse eingebaut werden. Vorne in der Regel unten die frische Luft rein und hinten oben die warme Luft wieder aus dem Gehäuse raus, ansonsten kommt es zum Hitzestau und das wollen wir natürlich nicht. Beim Einbauen unbedingt darauf achten, dass eure Lüfterkabel nicht in die Lüfterblätter kommen, ansonsten entstehen beim Betrieb unschöne Schleifgeräusche, allgemein Kabel am besten direkt mit Kabelbindern fixieren, damit sie sich nach dem Zusammenbauen nicht im Gehäuse selbstständig machen. Was auch super häufig falsch gemacht wird, sind die kleinen Frontpanelkabel. Hier solltet ihr euch vor dem Einstecken unbedingt nochmal das Pinout verinnerlichen, die korrekte Belegung steht meistens direkt auf dem Mainboard, ansonsten aber natürlich auch im Handbuch nochmal. Ich meine, wenn ihr euren Anschalter nicht richtig verbindet, dann müsst ihr euch natürlich auch nicht wundern, wenn euer PC nicht startet. Was auch immer wieder falsch gemacht wird, ist die korrekte Belegung der M2 Slots. Wenn ihr zum Beispiel ein B550 Board habt mit zwei M2 Slots, dann ist nur einer der Slots direkt mit vier Lanes an der CPU angebunden. Der zweite Slot hängt an eurem B550 Chipsatz, der wiederum mit vier Lanes an eurer CPU hängt. Das Problem ist, dass am Chipsatz auch SATA, USB und eure restlichen PCI Express Slots hängen. Im Endeffekt teilt sich eure M2 SSD, also die Bandbreite, und ist nicht über die vollen vier Lanes angebunden. Gerade bei schnellen NVMe SSDs kann sich das in der Geschwindigkeit wirklich bemerkbar machen, also unbedingt darauf achten, dass ihr den Slot wählt, der direkt an eurer CPU hängt. Ihr merkt schon, komplett ohne Kenntnisse in dem PC zusammenbauen ist dann doch nicht so einfach. Es gibt jede Menge Fallen, in die man tappen kann und darum sollte man sich vor dem PC zusammenbauen genau damit auseinandersetzen und auch mit ein bisschen Respekt an die Sache rangehen. Dieses Video ist natürlich nicht abschließend, es gibt noch jede Menge Fehler, die passieren können. Wenn ihr Lust auf einen Part 2 habt, dann lasst es uns wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video.